ich bin gerade unterwegs Richtung Melle da habe ich nämlich vor meine Mopete ein bisschen zu waschen ich bin letztens bei Regen mal kurz eine Runde gefahren und da war irgendwie bei dem Wetter wird das Motorrad ganz schön dreckig bei Regen kann man so sagen ja weil ich fahre einfach selbst bei nasser Straße schon da fahre ich einfach und der ganze Schlamm der spritzt sich unten drunter und so ich habe das Moped einmal so geputzt Verkleidung und alles aber in diesen ganzen Zwischenräume beim Motorbereich und so da komme ich einfach da komme ich aber nicht komme ich aber nicht zwischen deswegen mache ich jetzt eine kleine Mopetenreinigung mit Hochdruckreiniger ich habe ein paar Tücher dabei um die dann direkt trocken zu putzen ja ich weiß Hochdruckreiniger ist keine gute Sache und so die ganzen Dichtung und Elektrosachen und so aber ich werde eben sag ich mal nur unten am Motorbereich und an den Stellen wo es sehr dreckig ist anhalten meine Kette werde ich dann danach wenn ich wieder zu Hause bin werde ich die fetten damit ich das ja man sagt ja auch immer mit dem Motorreiniger oder so oder wenn man das Motorrad mit Wasser doll geputzt hat dann muss man die Kette neu fetten das werde ich dann auf jeden Fall machen heute ist wieder super geiles Wetter ich bin immer noch nicht unter Corona Quarantäne also ich muss ja mal ich muss ja mal sagen so irgendwie hätte das ja auch was wenn ich genug vorproduziert hätte dass ich genug zum schneiden habe dann könnte ich ruhig mal zwei zwei Wochen Quarantäne dann wird dann kommt man nicht mal zum schneiden so da hat man eigentlich nie Bock drauf zum Video schneiden das ist immer das das blödeste am Videos drehen und so am Videos machen das macht so Spaß ey ich hab so vermisst wieder zu fahren das ist so geil Wahnsinn oh guck mal da sind schon wieder zwei morbiden Fahrer ja ich bin wieder so voll aufgedreht das ist genau das was ich gerade brauche so wenn ich aufgedreht mit Motorrad fahren so ein bisschen Scheiße labern paar Chicks angucken da auf dem Feld ja geil das ist genau das was mir dann so schmeckt boah bin ich gleich froh wenn mein Moped mal wieder richtig schön sauber ist ey die war so dreckig also das ist ein definitiver Minuspunkt an dem an dem Bike im Vergleich zu einer Supersportler putzen dauert länger ich könnte eigentlich mal so ein Video machen so keine Ahnung drei Dinge die mir an dem Motorrad gut gefallen und drei die mir schlecht gefallen so hättet ihr da Bock drauf wenn ich so ein kurzes schönes Video so zu dem Thema mache so um so ein paar Pro und Kontras von von der Dorsoduo an zu quatschen lasst es mich wissen indem ihr es in die Kommentare posaunt ach du heilige Scheiße brrrrm noch mehr Mopeden die sind so viele unterwegs brrrrm die sind ja fast noch mehr unterwegs als gestern Polsky du darfst Gas geben hier ist nicht 44 durchgezogene Linie und so ich weiß aber das war safe zu überholen also meckert mich deswegen nicht an und außerdem war da 70 an der Stelle wenn der 44 fährt das mache ich nicht mit meine Freunde nee Servus wie viele ey die Polizei ist auch gleich hier mal am Start also ich meine hier müsste gleich so ein Selbstwaschplatz kommen hoffe ich zumindest dass der auf hat ich weiß nicht Selbstwaschplätze haben wegen Corona noch nicht geschlossen oder so das müsste eigentlich hier links sein mit dieser Tankstelle da drauf ne Autowäsche da ja 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 da links gleich drauf genau da steht es doch Autowäsche Autowäsche ich hoffe da ist nicht nur eine Waschstraße das wäre nicht ganz so Vorteilhaft für mich jetzt ne da sind doch so diese Boxen oder sind denn nur Staubsauger SB Fahrzeugpflege jawoll da ist noch ein bisschen wer ist denn wohl am weitesten von den Boys keine Ahnung man ich stelle mich einfach mal hier so hin und guck den Leuten beim Waschen zurück kleine Werbeunterbrechung mein RTL so dann wären wir soweit ich tun mein Handschuh an der Seite was gibt es denn hier alles Insekten lösen Schmutz lösen Hochdruck da gibt es ja so viel Scheiß ich mach mal Schmutz lösen das möchte ich ja jetzt mein Schmutz lösen vor allem hier unten runter vor allem hier unten runter ne heilige Scheiße guck ich noch was für ein Schlamm runter kommt wie das zischt meine Felgen erst da kommt richtig Dreck zusammen das klappt doch ganz wunderbar schon ist das Geld alle ein Euro reingesteckt muss ich noch weiter zwei Euro vier Euro habe ich noch so kann man wenn man drückt ist ein mehr Power wenn ich das gewusst hätte Alter was ne Sauerei Toppflege und so brauche ich nicht Toppflege mach ich selber so jetzt muss ich trocken putzen dafür stelle ich die mal einfach hier hin so das trocken putzen damit quäle ich euch jetzt nicht das wird einfach so geschehen so fertig ist die Luzi alles trocken und weiter gehts Ui da habe ich ne Ecke vergessen egal beim nächsten Mal oh schlimmer sollte man noch einklappen ganz vergessen wie anstrengend das ist mit Lederkombi zu putzen so ne saubere Maschine fährt sich doch gleich viel besser wow Vöglein Vöglein fliegt direkt vor meiner Nase vor das erinnert mich an die die Tauben Action die ich mal hatte als eine Tauben mich angeballert hatte da hatte ich leider keine GoPro dran da hatte ist damals noch Luisa gefilmt da und da war die Kamerawinkel so kacke in der Situation dass man nur die Federn in der Luft gesehen hat das war auch ne witzige Sache ey so ein Tauber ist ganz schöne Wucht vor Brust ich sollte meine Maschine bei Regen nicht mehr fahren sie wird dadurch so dreckig wenn ich so bei trockener Straße fahre brauche ich die nicht mit Hochdruckreiniger putzen da kann ich auch so putzen aber so brauche ich das nicht der Schlamm und Dreck und wie auch immer das kommt alles überall hin das ist ne Katastrophe so und an dieser Stelle sind wir dann auch am Ende des Videos angelangt ich fahre jetzt Richtung nach Hause ich hoffe euch hat das Video gefallen es würde mich freuen wenn ihr einen genau den Daumen nach oben da lassen würdet es würde mich wirklich sehr freuen alle die meine Videos nicht mehr gucken moinsinn das war ja richtig synchron moinsinn alle die meine Videos nicht mehr gucken und mich noch abonniert haben bitte deabonniert mich danke dafür hihi ja dann würde ich sagen sehen wir uns obwohl den Ampelstarting den kann ich euch nicht vorenthalten aber ich sag schon mal sehen wir uns beim nächsten Modovlog Leute haut rein und bis zum nächsten Mal tschüssi tschüssi tschüssi